It's true! Die Kulturkursonauten sind ein mobiles Format künstlerischer Workshops mit Jugendlichen, das wir in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnerinstitutionen umsetzen. Ganz am Anfang ist nichts da. Was interessiert uns eigentlich? Was wollen wir dem Publikum erzählen? Da geht es darum, ein Team zu werden, ja, zu sprechen, zu tanzen. Vielen Dank, das bringt uns jetzt echt weiter. Es ist wahnsinnig intensiv und kurz und man muss einfach ins kalte Wasser springen. Das ist so eine starke Zündung. So nervös, gestern ich kann nicht schlafen. Ich kann es, ich glaube. Danke, ihr Lieben. Ich weiß, ich bin wahnsinnig schön. Gute Idee! Die Kulturkosmonaten bedeuten sehr viel für unsere Schule, weil sie uns eigentlich aufzeigen, wie die Schule der Zukunft funktionieren muss. Im Vergleich zu vier Jahren sind zwei Wochen kurz und dennoch prägen genau diese zwei Wochen die Lehrlinge ganz entscheidend. Wir von den Kulturkosmonauten arbeiten einfach wahnsinnig gern mit diesen Jugendlichen. Wir schauen die Welt mit ihren Augen, mit ihnen zusammen auch nochmal ganz neu an. Wir sind gespannt auf alle weiteren Entdeckungen. Wir sind erst seitens! Die besonderen Weiches sind eigentlich über 100 Mal bei der Frühk Lakonsenturk. Wir sind gespannt auf alle cling. Wir sind gespannt auf alleится, wenn wir auf alle Und dann wird uns immer gut hier després gegetet.